Das sind die Kreditkartenschulden der USA von privaten Leuten in Milliarden. 1.100 Milliarden US-Dollar Schulden angehäuft auf Kreditkarten, mit Kreditkarten, völlig normal in den USA. Diese nette Seite ist das US Debt Clock. Dort seht ihr wie viele Schulden die USA sekündlich, minütlich etc. pp. machen. Alles komplett rot. Das, meine lieben Freunde, ist der Dow Jones, der mal hier einfach alles komplett nach oben hin rausnimmt, komplett moon geht und damit auch alle Shorts rasiert. Und jetzt die Frage an euch, die ultimative Frage, wie ist das fucking noch einmal möglich? Das ergibt alles keinen Sinn mehr, meiner Meinung nach. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Wir blicken wie immer ein bisschen auf die vergangene Woche, natürlich auch auf die kommende Woche, was jetzt nächste Woche ansteht, News-technisch, Chart-technisch etc. pp. Aber ich dachte mir mal, ich halte euch jetzt hier einfach mal die Wahrheit vor Augen, weil das, was momentan hier abgeht, Schulden, Kreditkartenschulden, Märkte, die komplett überhitzen, ist meiner Meinung nach absolut surreal. Passt nicht ins Bild und da läuft irgendeine kranke Scheiße im Hintergrund, die uns irgendwann richtig fett auf die Schnauze fallen lassen wird. Und damit, wie gesagt, herzlich willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Wir blicken jetzt auf Forex, auf die Stockmärkte, auf Krypto und natürlich auch auf Gold. Was hat sich diese Woche getan? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video etwas genauer anschauen. Auf jeden Fall, bevor wir starten, Like da lassen, Abo da lassen und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Gestern kam die neue Podcast-Folge online. Sehr, sehr wichtig. Psychologie im Trading ist natürlich nicht nur aufs Trading bezogen, sondern auch auf alles. Also hört euch die gerne auf Spotify etc. pp. an. Und wenn ihr alles handeln wollt, was wir hier besprechen, dann meldet euch bei meiner Partnerbörse Bingix an. Dort habt ihr die Möglichkeit, Forex, Stocks, Aktien etc. pp. alles zu traden. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit würde ich sagen, gehen wir rein. War halt jetzt mal ein anderer Einstieg, aber ganz ehrlich, es kotzt mich komplett an. Ich muss sagen, wenn wir jetzt hier mit Forex starten, Forex ist eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Ihr könnt euch an letzte Woche erinnern, wo wir darüber gesprochen haben. Okay, perfekter Hit ins Golden Pocket. Dann kam jetzt eben hier diese Gegenkorrektur. War abzusehen, dass der DXY hier mal endlich eine kleine Korrektur nach oben hin veranschlagt. Trotzdem, so ein kleiner doppelter Boden wäre hier nochmal im Bereich des Möglichen. Deswegen habe ich es hier nochmal eingezeichnet. Das war aber grundsätzlich der Plan von letzter Woche. Also US-Dollar auf jeden Fall long. Das hat auch so gezogen. Müssen wir mal gucken, ob die Long-Position hier noch ein bisschen drin bleibt. Oder ob sie dann gegebenenfalls wieder ausgestoppt wird. Aber momentan verläuft hier das zumindest vollkommen nach Plan. Also mit der Forex-Woche muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich zufrieden. Hat natürlich auch hier mit zu tun, mit unserem perfekten Euro-Trade. Also der hat wirklich perfekt gezogen. Ist da oben eben in diese Zone reingekommen. FIP-Level können wir mal wegmachen. Zone abgeholt. Und jetzt auch zwei Take-Profits abgeholt. Einerseits hier dazwischen den Take-Profit geholt. Das habe ich diese Woche im Video mal dazwischen gesagt. Und der zweite war hier unten an diesem Tief. Und dieses Tief hier könnte noch ziemlich entscheidend werden. Hier unten bei knapp 1,082 Euro. Sollten wir nämlich hier runterfallen, wird es sehr, 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 sehr schnell in Richtung 1,072 Euro auf jeden Fall runtergehen. Also hier läuft die Short-Position. Hier warte ich aber auch noch ein bisschen ab. Ob wir hier gegebenenfalls noch mal ein bisschen verdoppeln. Also US-Dollar auf jeden Fall weiter long. Euro gegenüber dem US-Dollar weiter short. Also die Analyse hat gesessen. Endlich mal was, was auch funktioniert. So fair muss ich mir auch selber sein. Weil die Woche war in manchen Hinsichten nicht wirklich gut. Forex ist dafür aber wie gesagt top gelaufen. Und hier unten können wir dann überlegen, ob wir hier dann wieder einen kleinen Hedge aufmachen. Das heißt, sollte der Euro hier unten in diese Zone reinkommen. Bei 1,072 Euro können wir hier über eine Long-Position nachdenken. Die dann gegebenenfalls hier über das Golden Pocket eben darüber hinaus kommt. Aber jetzt erst einmal, wie gesagt, US-Dollar weiterhin long. Auch hier seht ihr, perfekte Confluence. Das haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen. Diese Ineffizienz, die wir hier noch haben. Die gleiche haben wir nach unten hin. Das war diese Zone bis 1,072 Euro. Bei Euro gegenüber US-Dollar. Das ist die gleiche Zone. Die würde ich mir gerne noch holen. Und dann können wir über eine Korrektur hier gegebenenfalls nachdenken. Mit einem höheren Tief. Und dann eben, wie gesagt, auch beim Euro nochmal gegenüber dem US-Dollar eine kleine Long-Position eröffnen. Also hier läuft alles nach Plan. Muss ich echt sagen. Damit bin ich zufrieden. Und jetzt kommen wir zu den absoluten Shit-Märkten derzeit. Das, was ich ja schon im Intro so ziemlich gesagt habe. Und da gehen wir mal rüber zum Dow Jones. Ne, das ist Nasdaq. Wo ist der Dow Jones? Hier. Ich weiß nicht, was ich hier noch zusagen soll. Also auf Daily-Sicht. Wir haben komplett rasiert. Wir hatten hier natürlich unsere Long offen. Also man muss ja fairerweise sagen, hier unten diese Long-Position war Bombe. Wir hatten hier wirklich eine Bomben-Long-Position. Auf die habe ich jetzt zugemacht. Also für alle, ich habe die zugemacht. Warum? Weil wir eben hier noch die Short-Tage hatten. Wir hatten drei Take-Profits bei unserer Long hier gehabt. Bei dem Dow Jones Long. Dann eben letzte Woche diese Short-Position, die ich im Video gesagt habe. Mal ausblickt und dann auch nochmal in der Telegram-Gruppe, glaube ich, habe ich es auch nochmal announced. Deswegen habe ich jetzt die Long zugemacht. Damit eben dieser Short uns einen Scheißdreck juckt. Aber ganz ehrlich, für mich war alles auf Short. Und für mich ist es auch immer noch alles auf Short ausgerichtet. Weil ich meine, diese Zahlen kommen nicht von irgendwo her. Und der Weltwirtschaft geht es eigentlich scheiße. Was interessanterweise ist, wir hatten letzte Woche bei Investing, beziehungsweise in den USA Zahlen gehabt, Bruttoinlandsprodukt 5,3% gestiegen. Natürlich, USA finanziert Kriege. Vielleicht auch wieder bald einen neuen Venezuela und Brasilien. Irgendwie sowas, was da schon wieder abgeht. Dann Konsumausgaben sind aber deutlich, deutlich zurückgegangen. Also Wirtschaft wächst. Konsumausgaben sinken. Das heißt, die Leute haben keine Kohle mehr. Und das ist auch das, was es hier widerspiegelt. Und wie wird dann ein Markt wie ein Dow Jones so exorbitant nach oben hingepusht. Und das Geile kommt ja da noch im Gold Market. Kommen wir gleich nochmal dazu. Also da sind Widersprüche drin, die ich langsam aber sicher nicht mehr verstehen kann. Deswegen werde ich diese Märkte wahrscheinlich diese Woche nicht einmal mehr anfassen. Wir sind hier nicht mehr weit von unserem All-Time-High entfernt. Das ist der nächste suspekte Punkt, wo wir uns jetzt hier oben befinden bei 36.900 Punkten. Und wir sind gerade bei 36.270 Punkten. Das heißt, Dow Jones hat hier noch 2% und die kann das sich locker easy mal in einem Tag holen bis zum All-Time-High. Und bis dahin werde ich hier jetzt erstmal in keine Position gehen. Was mich hier nur etwas stört und warum ich hier auch weiterhin auf der Short-Seite bin, ist, dieses exorbitant abfallende Volumen, diese exorbitant steigenden Kurse stehen in keinem Zusammenhang mit der Weltwirtschaftslage, mit allem, was da draußen vorgeht. Deswegen, wir warten jetzt erstmal hier noch ein bisschen ab auf Daily-Sicht. Auf 4-Stunden-Basis kriegen wir hier sogar wieder so einen kleinen Volumenimpuls rein. Das heißt, momentan gehe ich hier mal ganz ehrlich ganz stark davon aus, dass wir uns sogar hier oben nochmal in den Bereich der 36.700 Punkte bewegen. Und dann können wir nochmal über den Short nachdenken. Vorher werde ich diese Märkte hier erstmal nicht anfassen. Gehen wir rüber zum S&P 500. Auch hier hatten wir letzte Woche über einen Short geredet. Hier bin ich bewusst nicht reingegangen. Habe ich auch in der Telegram-Gruppe announced, weil mir die Struktur hier nicht gefällt. Man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, die Bewegungen hier waren nicht so stark wie beim Dow Jones. Also ein S&P 500, und ihr seht es gleich beim Nasdaq, da waren nicht diese sonderlich starken Bewegungen, wie wir sie eben beim Dow Jones jetzt gesehen haben. Also hier haben wir noch ordentlich, ordentlich Puffer bis zu unserem All-Time-High. Also hier sprechen wir dann von knapp 4,7% noch, während wir beim Dow Jones nur noch von 2% reden. Also irgendwie ist mir das alles nicht stimmig. Auch hier bin ich grundsätzlich weiterhin Short eingestimmt und wir warten hier ehrlich gesagt noch ein bisschen ab. Die Bearish Divergence hat sich nicht aufgelöst. Auf Daily-Sicht können wir uns das Ganze auch mal angucken. Gleiches Spiel. Hier haben wir zwar noch keine Bearish Divergence, aber wie gesagt, wir haben auch noch kein höheres Hoch. Das heißt, wir haben hier noch die Möglichkeit, zumindest nächste Woche, Anfang der Woche, die Liquidität hier drüber abzugrasen und dann eben diesen Trend nach unten hin endlich mal zu bilden, die Liquidität aufzubauen und unten natürlich dann auch abzuholen. Und das gleiche Spiel, wie gesagt, haben wir auch beim Nasdaq. Hier hat sich auch charttechnisch überhaupt nichts geändert. Ihr seht sogar hier, ging es sogar ein bisschen nach unten. Also auch komplett konträr gegenüber dem Dow Jones. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die Short-Position wäre eigentlich perfekt abgeholt worden. Dann hätten wir sie eingegangen, aber wie gesagt, ich habe mich dagegen entschieden, bewusst, weil der Dow Jones-Trade schon gegen uns gelaufen ist. Und das hat natürlich auch die Dow Jones-Position im Long gekostet, aber wie gesagt, die war, also bei mir mit dem Fünferhebel war sie, ich glaube, 54% im Plus, minus halt die 7%, die wir dann jetzt bei unserem Short-Trade verloren haben. Ist okay, aber ärgert mich trotzdem ein bisschen. Und wie gesagt, Nasdaq ist das gleiche Spiel. Wir haben hier nur minimal ein höheres Hoch kreiert. Bearish Divergence, alles noch valide und sowas. Ich bin hier auch weiterhin deutlich, deutlich Short eingestimmt. Und vor allem, wenn wir nächste Woche mal ein bisschen auf die Daten gucken. Also Montag ist nicht wirklich viel. Dienstag eher in der EU-Einkaufsmanager-Index, aber juckt uns einen feuchten Dreck eigentlich. Mittwoch, ADP, Beschäftigungsänderung, Produktivität außerhalb der Landwirtschaft könnte ein bisschen interessant werden, aber jetzt auch nicht so wirklich die Maßstäbe. Donnerstag, Erstanträge, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe jetzt auch das typische Standardding. Freitag wird dann deutlich, deutlich interessanter. Durchschnittliche Stundenlöhne, durchschnittliche Wochenarbeitsstunden, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, US-Arbeitslosenrate und Quote. Also Donners, Freitag könnte dieses ganze Konstrukt möglicherweise oder hoffentlich endlich mal zusammenbrechen. Weil das ist nicht normal. Nennt mir eine sinnvolle Erklärung da draußen, warum das gerade geschieht. Würde ich gerne mal hören. Ich habe bis jetzt noch keine sinnvolle Erklärung gehört, was da abgeht. Ganz ehrlich, für alle die ETFs. Ich bin selber ETF-Aktienanhänger, investiere da auch rein. Es ist geil. Wenn du das aber aus Trailer-Sicht siehst, ist das einfach nicht mehr geil. Dann denkst du dir so, Alter, was geht hier einfach komplett Krankes ab, was du hier einfach nicht checkst. Und es spricht einfach nichts dafür. Das ist nur meine Meinung einfach mal dazu. Gerne in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr davon haltet. Ja, auf jeden Fall S&P 500 und Nasdaq werde ich mir nächste Woche nochmal Short-Positionen überlegen. Wahrscheinlich aber dann erst gegen Ende der Woche, weil Anfang der Woche glaube ich noch nicht, dass eben dieser fette Move nach unten hinkt. Gehen wir rüber zum DAX. Hier ein gleiches Spiel. Also DAX Long, die wir hier unten aufgebaut haben. Ihr könnt euch noch daran erinnern. Diese Position hier unten, die perfekt auf den Dollar abgeholt wurde. Mittlerweile, wenn wir uns das jetzt mal ganz kurz angucken, war diese Position dann 10% im Plus. Also auch hier knapp 50% in einem Fünferhebel gemacht. Alles schön und gut. Bitterer Nachgeschmack ist einfach, ich war hier Short. Das habe ich auch in der Telegram-Gruppe announced. Und dieser Short wurde dann eben jetzt ausgestoppt. Stop-Loss war hier bei 16.300 Punkten. Wir sind jetzt in der Spitze hier auf 16.400 Punkte gestiegen. Das heißt, wir haben auch hier komplett geisteskrank nach oben hingepusht. Es war grundsätzlich absehbar, dass wir zumindest mal dieses Gap hier oben bei 16.300 US-Dollar attackieren, weil das schon einfach viel, viel zu lange, das war hier noch von August offen, wurde auch attackiert. Dann kam erst so diese kleine Bestätigung und dann ging es doch am Freitag nochmal deutlich, deutlich steil nach oben. Auch hier werde ich mich jetzt erst einmal ein bisschen zurückhalten, bin ich ehrlich. Wir haben 50% mit einer Long-Position gemacht. Wir haben aber auch hier das gleiche Spiel 7% mit eben der Short-Position verloren. Alles nicht so schlimm. Im Endeffekt bleiben dann, glaube ich, knapp 40% auf jeden Fall mit Gebühren etc. Im Plus ist schön und gut. Trotzdem, dieser Short hat einen bitteren Nachgeschmack und wir sind auch hier in All-Time-High-Niveau. Also wir sehen hier, Dow Jones, DAX kratzen hier an ihren All-Time-Highs, was absolut keinen Sinn ergibt. Aber gut, darüber lässt sich streiten. Ansonsten würde ich mich hier diese Woche absolut fernhalten. Wir gucken nächste Woche eher mal auf den S&P 500 und auf den Nasdaq. DAX macht für mich ebenso genau keinen Sinn, was hier abgeht. Vor allem Deutschland. Ihr wisst, was in Deutschland abgeht. Und dann pumpt ein DAX. Gut, die ganzen Unternehmen sind ja mittlerweile eh nicht mehr alle so wirklich in Deutschland ansässig, kooperieren mehr im Ausland. Aber gut, trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Gehen wir rüber zu Gold. Hier muss ich ehrlicherweise sagen, freut es mich ein bisschen, weil nachdem die Position verdoppelt wurde, haben wir jetzt hier insgesamt sechs Take-Profits erreicht. Also hier muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin hier auch nicht in den Short reingegangen. Hätte ich euch sonst in der Telegram-Gruppe announced. Sieht wirklich gut aus. Aber das ist genau diesen Punkt, den ich dann auch nicht verstehe. Wann wandern wir in Gold rein? Ehrliche Antwort, in Krisenzeiten. Was haben wir grundsätzlich mit Ukraine-Krieg? Wir haben Nahost-Konflikte, wie gesagt, das mit Venezuela. Alle leiden unter Rieseninflation. Wir haben Wohnungsmangel in Deutschland. Was weiß ich. Wir haben so viel Dreck am Stecken. Ich verstehe, warum Gold steigt. Ich verstehe, warum Gold das ganze Jahr übersteigt. Und wir werden hier wahrscheinlich auch nächste Woche vielleicht hier ein neues All-Time-High sehen. Und dann kommt dieser Kontext mit, ich pumpe alles in den Dow Jones rein, versuche hier ein neues All-Time-High. Ich pumpe alles in den DAX rein, ich versuche hier ein neues All-Time-High. Aber ich, wisst ihr, das steht absolut in keinem Kontext, was hier einfach momentan einfach derart abläuft. So, deswegen hier 6 Take Profits. Wir warten hier auf eine kleine Korrektur, um es hier einfach ganz schnell zu machen. Sollte hier eine Korrektur reinkommen mit einem höheren Tief, werden wir die Position wieder verdoppeln. Wir haben hier immer noch ein Entry von, ich glaube, 1.870 oder 1.880. Also da haben wir erst einmal Luft. Sollte die Korrektur kommen, verdoppeln wir und alles gut. Wir haben 6 Take Profits erreicht, diese Position auch mega, mega geil. Im Profit, nachdem wir die hier unten dann reinskaliert haben. Also hier werden wir auch erst einmal nichts weiter machen, deswegen halten wir uns kurz. Aber es ist einfach nur interessant zu sehen. Gold, All-Time-High, Dow Jones, DAX, All-Time-High. Da passt irgendwas überhaupt nicht. So, und jetzt noch zum Schluss gehen wir rüber zu Bitcoin. Schauen wir uns auch mal ganz kurz an, auch hier. Hier muss man fairerweise sagen, also Krypto sehe ich ja noch ein, dass wir All-Time-High, na gut, All-Time-High, aber zumindest mal steigende Kurse hier sehen, sehe ich absolut ein. Wir haben ETF im Nacken, BlackRock, Coinbase. Übrigens Coinbase-Aktie, ich weiß nicht, wer damals immer so auf den Tipp gehört hat, auch absolut geisteskrankt, knapp 45% im Plus. Also auch da die Aktientipps funktionieren und der Nasdaq auch komplett am Pumpen, was die Aktien anbelangt. Aber auf jeden Fall, man merkt, es kommt langsam wieder so ein bisschen Umschwung, Kryptospace. Man sieht Coinbase steigt, man sieht vor allem Riot und es gibt noch irgendein Mining-Unternehmen, wo auch BlackRock investiert ist. Die machen derzeit enorm hohe Profite. Natürlich, weil jeder irgendwie in diesen Kryptospace noch rein will, bevor er sein ETF genehmigt wird. Und es stehen ja, glaube ich, 10 ETFs oder sowas in der Pipeline, die brauchen alle Bitcoin. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir Bitcoin hier immer weiter nach oben hin sehen. Der einzige Faktor, der mich hier etwas stört, ist einfach das Volumen. Natürlich, Volumen kann man argumentieren. Ja, mit Volumen wird ein Boden gebildet, bin ich absolut akkord mit. Nur diese Aufwärtsbewegung, ich weiß ja nicht. Deswegen momentan, ich rechne hier immer, immer mehr mit einer Korrektur. Wir haben aber, wie gesagt, noch locker Luft, 40.000 bis 42.000 US-Dollar. Das ist alles noch im Bereich des Möglichen. Ich würde hier auch derzeit weiterhin nicht shorten. Das Risiko ist mir zu hoch, weil wir hier einfach jetzt langsam in der Zone da sind, wo wir uns zuletzt, wenn wir mal reingucken, am 6. Mai oder in Richtung Mai, April 2022 befunden haben. Wir haben Aktienmärkte, die ihr All-Time-High erreichen. Wir haben Gold mit einem All-Time-High. Why not Bitcoin? Also ihr wisst, was ich meine. Hier steht ein ETF vor der Zulassung und etc. Wir kommen hier in Gefilde, wo der Abverkauf damals begonnen hat. Also Short-Liquidationen können uns hier wirklich, ich sage mal so, im positivsten Sinne weiterhin Richtung 48.000 bis 51.000 US-Dollar bringen. Aber kurzfristig, weiß ich nicht, würde ich mich hier trotzdem nicht Short positionieren. Das ist Nummer 1. Long-Positionen müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken, wenn wir hier mal ein bisschen reinzoomen in den 1-Stunden-Time-Film. Wir sehen ja, wir haben gestern nochmal ein neues Hoch erreicht. Bullischerweise, muss man hier auch sagen, ein höheres Hoch auch auf Schlusskurs. Sehr, sehr wichtig gewesen, auch für den weiteren Verlauf, dass wir hier nicht nur wieder die Liquidität abgrasen, sondern hier wirklich mal einen Trend reinkriegen. Ansonsten, Long-Einstiege, wenn wir uns mal hier das FIP-Level ganz kurz ziehen, wären hier im Bereich 38 bis 38.2, würde ich aber auch erst Anfang der neuen Woche machen. Übers Wochenende zu traden, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Vor allem, weil sehr, sehr viel manipuliert ist. Psy-Ranges haben sich noch nicht gebildet. Unser Wave-Trend hier in der Ansicht hier würde sogar relativ gut mit dem Golden Pocket übereinstimmen. Mal mit dem 4-Stunden-Time-Frame auch übereinstimmen. Also, passt schon ganz gut, auch mit dem Vector-Candles hier 38, 38.1. Aber wie gesagt, sollte ich da irgendwas machen, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Dort werde ich euch das auf jeden Fall announcen. Und ansonsten gerne, wie gesagt, eure Meinung mal in die Gruppe reinschreiben. Natürlich auch unter hier und das Video, um den Algo natürlich auch ein bisschen zu pushen, was ihr von dieser Gesamtsituation haltet. Ich meine, Forex läuft, Krypto läuft eigentlich auch. Und das Einzige, was nicht läuft, sind die Stockmärkte. Und das verstehe ich einfach nicht. Gerne eure Meinung unten reinschreiben, würde mich riesig oder wirklich brennend interessieren, weil das und das ergibt nicht den Sinn, warum wir dann im Endeffekt das haben. So, das waren gute Schlussworte. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Morgen kommt ein kleiner Ausblick oder ein Review auf einen Ausblick von 2023. Ich werde aber bald noch einen Ausblick für 2024 drehen. Und ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann war es das von mir. Schönes Wochenende. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Sehr gut.